Musik Reaktor C1000 Vitamin C – hochinteressante Studie über Stressreduktion im Zusammenhang mit Vitamin C. Wie viel Vitamin C braucht der Mensch? Es gibt eine Fülle von guten Gründen, sich bei Vitamin C nicht nur am unteren Rand des gerade noch lebensnotwendigen zu bewegen, sondern eine Extraportion davon zu sich zu nehmen. Der Mensch hat die Fähigkeit, Vitamin C selbst herzustellen, auf dem langen Weg der Evolution verloren. Dagegen sind fast alle Tierarten imstande, es selbst herzustellen. Diese Tabelle zeigt, dass die Vitamin C-Produktion eines Tieres stark schwanken kann. Eine Ziege produziert bei schwerem Stress oder Krankheit sechsmal so viel Vitamin C wie in ungestresstem Zustand. Ein Kaninchen sogar bis zu 25 mal so viel. Wenn man nun die Werte aus dieser Tabelle auf ein mittleres menschliches Körpergewicht von 70 Kilogramm umrechnet, kommt man zur folgenden Schlussfolgerung. Ein ungestresster Erwachsener müsste täglich 0,4 bis 3 Gramm Vitamin C einnehmen, um den gleichen Vitamin C-Status zu erreichen wie ungestresste Tiere. Bei Krankheit und schwerem Stress müsste ein Erwachsener sogar 3 bis 17 Gramm Vitamin C einnehmen, um den gleichen körperlichen Vitamin C-Status zu erreichen wie gestresste oder kranke Tiere. Vitamin C ist an fast allen Stoffwechselprozessen des Körpers beteiligt. Für Ihre Gesundheit spielt es deshalb eine zentrale Rolle. Wehrt Krankheitserreger ab, schützt die Zellen, kräftigt das Bindegewebe, fördert den Cholesterinabbau, fördert die Entgiftung und steigert die Leistungsfähigkeit. Mangelerscheinungen sind Anfälligkeit für Infektionskrankheiten, vor allem Erkältungen, Leistungsschwäche, Müdigkeit und Erschöpfung, Reizbarkeit, Störungen des Bindegewebestoffwechsels, zum Beispiel Hauterkrankungen, schlechte Wundheilung. Chronisch kranke und gestresste Menschen, Menschen, die Medikamente einnehmen, Ältere Menschen, Sportler und Raucher brauchen deshalb besonders viel Vitamin C.